Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich habe heute eine sehr gute, einfache Übung für dich, die du den ganzen Winter lang machen kannst, damit du nächstes Jahr viel solider schwingen kannst. Bevor ich das dir mitteile, möchte ich Danke sagen. Danke für das ganz, ganz liebe Feedback und das viele schauen. So, die Übung, das ist ein halber Schwung, aber diese Bewegung machst du, damit du danach automatisch besser Vollschwünge machen kannst. So, ich mache die Bewegung vor und dann erkläre ich dir, worauf du genau achten solltest. Und jetzt geht es los mit dem Rückschwung. Könntest du bitte schauen, dass du beide Arme schön hängen lässt. Und was passiert, wenn du die Arme hängen lässt? Die Oberarme beruhen die Brust. Und das möchtest du bitte bei dieser kleinen Übung die ganze Zeit tun, beim Aus- und Abschwingen und beim Durchschwingen. So, die Arme bleiben dran. Und ich fange an mit einer Drehung. Und während der Drehung verlagere ich ganz leicht das Gewicht nach rechts. Was macht mein Kopf? Der dreht sich mit, aber der geht nicht zur Seite und geht auch nicht hoch. Weil da, wo deine Nase ist, da wirst du höchstwahrscheinlich den Boden treffen. So, wenn du das tust bei der Drehung, dann wirst du wahrscheinlich den Boden zu früh treffen. Die Hände sind ganz, ganz ruhig und dann kommt man in diese schöne Position. Und was ist jeder Fall? Die Hände sind genau oberhalb der Fußlinie. Ganz wichtig. Die sind nicht hinter dem Körper. Und der Schlägerkopf, der ist ein bisschen vor der Fußlinie. Das ist perfekte Ebene für dich. So, ich werde daran denken, die Arme dran zu lassen, mich ein bisschen zu drehen, Gewicht ein bisschen nach rechts zu verlagen. Was machen wir beim Abschwingen? Und oh, das ist wichtig. Weil, wenn ich meine Schüler unterrichte mit Handicap, mit höheren Handicaps, ist von ihr meistens der Fall, dass der Schläger nach vorne sich bewegt. Und der Grund ist es, weil der Spieler mit Händen, Arm und Schultern schlägt. Und dann macht der Schläger diesen doofe Bogen, den man unbedingt vermeiden möchte. Das wirst du vermeiden. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn du es schaffen könntest, einfach von hier drehe die Hüfte zurück nach links. Also die rechte Hüfte kommt nach vorne, die linke nach hinten. Und die Hände und Schultern bleiben passiv. Und was dann passiert, ist, dass der Schläger perfekt an den Ball kommt. Wir sagen beim Golf, dass der Schläger von innen an den Ball kommt. Dann kommt er so an. Aber ich habe nicht das gemacht. Dann übertreibst du diese Bewegung. So bitte diese Seite ganz, ganz locker und entspannt lassen. Und achte nur auf eine Drehung der Hüfte oder des Bauches nach links. Und dann kommst du perfekt an. So, ich werde jetzt daran denken. Drehen. Und der Ball macht so einen schönen Ballflug mit einem leichter Linkstrahl. Das wäre ganz gut. So, wir werden jetzt Endposition denken. Wir werden Durchschwung üben. Und du wirst sehen, dass der Durchschwung ein Spiegelbild des Rückschwunges ist. So, ich bin da beim Aussonnen. Die Arme sind dran. Hände sind oberhalb der Fußlinie. Schlehe Kopf vorne. Und beim Durchschwingen. Wo sind meine Hände? Oh, oberhalb der Fußlinie. Schlehe Kopf bis vorne. Mein Körper habe ich gedreht. Bitte, du musst aktiv in der Hüfte so sein. Und nicht so. Weil sonst kippe ich oben, treffe den Boden zu früh. Okay, so jetzt denke ich an meine Durchschwungposition. Mich in die andere Richtung zu drehen. Arme, Schulter, Hände sind sehr locker dabei. Und dann, wenn du einen vollen Schwung machst, und das ist die ganze Idee hinter dieser Übung. Automatisch war ich in dem wichtigen Bereich, da wo ich sein sollte. Automatisch beim Take-away war ich richtig. Das habe ich, das passierte von alleine. Da habe ich nicht gedacht. Dann kam ich wieder in diese Position. Und kam gut von innen an den Ball. Automatisch kam ich da. Automatisch habe ich meine Hüfte gedreht. Das passiert wieder von alleine. So, die Übung jeden Tag machen. Für die nächsten drei Monate. Und du wirst so davon profitieren. Okay, und wenn du auf den Platz gehst, habe ich überhaupt kein Problem, wenn du das aus Vorbereitung machst, aus Probeschung. So, mach gar keine vollen Probeschung. Mach nur das. Und achte auf die Punkte. Und dann, während du über den Ball stehst, kannst du an irgendwas Schönes denken. Denk an deinen nächsten Urlaub mit Wohnhochschi. Und du wirst automatisch einen sehr schönen Schwung machen. So, eine super einfache Übung. Vielen Dank für das Zugucken. Und ich würde mich sehr freuen, dich auf einer Anfängergolfreise zu sehen. Die Links findest du unter dem Video. und ich würde mich sehr öffnen, wenn du da bist.